Guten Morgen, liebe Marschel, Wanderköniginnen und Wanderfreunde. Heute bin ich in Hohen gestartet und unterwegs nach Horschen. Die Strecke geht etwas über 25 Kilometer. Der Grösste Teil ist sehr lang. Der Grösste Teil ist anwesend gemälig, dass ich mich über die Hohen verflügt habe. Aber es ist nicht selbe, wenn ich mich mal an. Viel Spass beim Schauen. Der Grösste Teil ist sehr lang. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018